Einen schönen guten Morgen liebe Zuschauer zum jetzigen JFD-Devisenradar am Freitag, 25. September. Ich hoffe, Sie sind gut aus den Fehlern gekommen und wir wollen hier den Markt beobachten, der sich hier schon zu Teilen sehr volatil zeigt. Also hier einige Schwankungen schon wieder stark und extrem, sodass es hier unter Daily-Gesichtspunkten teilweise nichts mehr zu holen gibt. Aber das britische Fund gegenüber dem US-Dollar hatten wir ja gestern auch schon im Fokus, im Chat auf dem JFD-Desk bzw. als Trading-Shoutout im Sinne eines negativen Rainbows. Den schauen wir uns später auch nochmal an. Aber grundsätzlich hat sich das britische Fund an die Schwächephase gehalten, die wir auch vor zwei Tagen beim JFD-Devisenradar besprochen hatten. Nochmal kurz der Chart hier auf Wochenbasis, hier Bullish and Golfing. Die andeutende Schwäche bereits vor zwei Tagen hat sich hier sichtlich weiter ausgedehnt. Das britische Fund läuft hier geradewegs auf den Support-Bereich ja um 1,52, 1,51,70 zu. Da gefahren sich hier im Juni, im August, Ende August und dann hier im September eine Unterstützung bzw. Kaufinteresse. Wird spannend, was da passiert, wenn wir da heute hinlaufen sollten, denn rein von der Range haben wir noch ein bisschen Potenzial nach unten. Tagesschart ganz interessant, deswegen British Fund Western am Scheideweg. Hier haben wir nämlich die Situation der gerade eben angesprochenen Unterstützung auch auf Tagesbasis zu sehen. Hier also angesprochenen Unterstützung auf Wochenbasis und jetzt hier auf Tagesbasis zu sehen. 1,51,70, 1,52. Hier ist die Zone. Da laufen wir jetzt ein Stück weit hin. Die letzten Tage hier klar bärisch, also die Entwicklung, die genannte Entwicklung vom JFD-Devisenradar von vor zwei Tagen eben erfüllte sich zusehends. Britische Fund heute ein Stück weit Erholungsmodus, aber wir kommen schon wieder von den Tiefs zurück. Halt von den Hochs zurück und laufen Richtung Tiefs, so wollte ich sagen. Wird also spannend, was hier passiert. Die Tendenz am Freitag, schauen wir uns kurz den Wochentag an, könnte eigentlich nicht besser sein, als dass es hier einen Test eben dieser benannten Zone 1,51,70, 1,52 geben dürfte. Denn wir haben Freitag den statistisch schwächsten Tag hier während der vergangenen 52 Handelswochen. Auch in der totalen Wochentendenz mit 48 Prozent leichter Bias Richtung negativer Schlusspreise. Und das heißt eigentlich heute hier ganz klar die Short-Ausrichtung zu präferieren. Hier im Stundenchart, bevor wir uns den Rainbow Intraday anschauen, auch dass wir hier zu sehen sind, dass wir schon unter dem Pivot Point gefallen sind. Und hier eben jetzt die Situation haben, dass rein von dem Daumenabdruck des Vortages sozusagen der Preis sich schon wieder nach unten verabschiedet hat. Hier das kleine Stehaufmännchen hier in der Vorstunde ist eigentlich schon wieder fast relativiert. Und es wird eben spannend, was hier im Bereich des gestrigen Tiefs passiert. Vortagestief ist ein interessantes Level. Da sollten wir, könnten wir hinlaufen. Und dann spricht hier nichts dagegen, dass der Markt sich weiter nach unten orientiert im Sinne der Statistik. Schwacher Freitag. Und im Sinne dessen, was ich jetzt mal rüberschiebe im Sinne des Rainbows. Ich persönlich lauere auch zugegebenermaßen auf einen möglichen Short-Einstieg. Spekulativ, jetzt muss man mal sehen, dass der hier rüber rutscht. Spekulativ könnte man durchaus einsteigen. Ich warte hier aber auch eine klarere Signallage noch. Soll heißen, wenn wir hier, müssen wir noch mal warten, bis der Chart sich aufbaut. Zurzeit ein Stück weit zäh. So, da sehen wir, dass wir hier den Pivot-Point versucht haben zu überwinden. Die Asia-Range als solche ist eigentlich hier auch ausgerissen worden, ausgebrochen worden nach oben, aufgebrochen vielmehr. Und da läuft der Preis jetzt wieder zurück. Das ist genau die interessante Situation, dass praktisch das europäische Kapital es nicht geschafft hat, diesen möglichen Ausbruch hier weiter fortzusetzen. Average True Range hier oben oberhalb des gestrigen Tageshochs, rein technisch über 1,53 wäre es möglich gewesen. Aber da jetzt hier die Schwäche wieder auftritt, wird es sehr, sehr spannend, was hier im Bereich des heutigen Tagestiefs, beziehungsweise hier dann im Bereich des gestrigen Tagestiefs passiert. Hier Vortagestief 1,52. Klar, da haben wir es auch noch mit einer runden Hausnummer zu tun. Besser geht es ja fast nicht. Und dann eben hier das heutige Daily Low 1,52.10. Da sind wir nicht mehr weit weg. Wenn es hier einen Durchbruch geben sollte, dann steht die Möglichkeit im Raum, dass wir im Sinne des statistisch schwachen Freitags auf jeden Fall vor dem Hintergrund dieser negativen Rainbow Struktur weiter abfallen. Auch hier den Support Level Punkt 3 anhand der Fibonacci-Projektion vom Pivot Point ausgehend läuft hier viel darauf hin oder deutet viel darauf hin, dass wir zumindest in Richtung 1,51,52 laufen könnten. Das wäre die Ausnutzung der Average True Range. Im Schnitt 108 Pips während der letzten 14 Tage heute bislang 50 Pips gelaufen. Das heißt, wir haben hier noch mehr als das Doppelte an Potenzial. Wenn ein neues Tagestief kommt, dann spricht eigentlich viel dafür, dass wir hier in Richtung 1,51,52 laufen könnten. Kleiner Spike vielleicht drunter denkbar. Und dann hätten wir im Prinzip auf Tagesbasis die angesprochene Zone hier touchiert, leichter dippt runter und dann muss ich eben zeigen, wie die Party hier letztlich weitergeht. Also dann wird sich hier definitiv herausstellen, ob der Markt hier durchsackt. Faktisch wäre insbesondere ein Wochenschlusspreis unter hier dem Tief vom 4. September unter 1,51,61 höchst negativ. Kann ich mir für heute eigentlich nicht vorstellen, aber man muss hier vorsichtig sein, denn sag niemals nie. Vielleicht gibt es heute ein Overrange-Tag oder was auch immer. Auf jeden Fall sind die Chancen relativ groß, dass der Markt hier in Richtung dieses Tiefs vom 4. September zurück sagt, hier diese angedeutete Unterstützungszone in Angriff nimmt und das wird spannend. Heute kommt noch das BIP vom zweiten Quartal, 14.30, allerdings die endgültige Fassung. Also die Daten sind ja schon bekannt. 16 Uhr nochmal der Konsumklimaindex der Uni Michigan. Das ist nochmal ein wichtiges Thema. Wird also spannend, was hier am Nachmittag passiert. Rein tendenziell, rein technisch, das britische Pfund unter meinem Gesichts- oder Blickwinkel vielmehr eher auf der Short-Seite heute zu favorisieren. Ja, das unterstreicht auch der Rainbow. Da konnte man gestern sogar schon einige Pips mitnehmen, nachdem es dann hier die Erholung gab. Hier das Verkaufssignal von gestern. Diese schöne Abwärtsbewegung. Vortag ist tief markiert. Dann gab es eben die starke Erholung. Hier aber so ein kleines Doppeltop und von dem her oder von dem ausgehend entwickeln wir uns seither wieder seitwärts abwärts. Und neue Tiefs sind meines Erachtens wahrscheinlicher als hier ein Comeback nach oben. Das muss ich natürlich zeigen. Der Markt ist hier sicherlich nicht in Stein gemeißelt. Aber insofern hier mal die Einschätzung zum britischen Pfund. Ich hoffe, ich konnte Ihnen ein bisschen Feedback mitgeben für den heutigen Handelstag. Wie gesagt, hier ist range-technisch noch einiges möglich. Wenn es nicht nach unten geht, dann bei einer Etablierung über den Pivot Point über 1,52, 35, 37, rund wäre eine Attacke auf das Vortag ist hoch denkbar. Und dann hier auch vor Wochen tief, vor Monatstief hier oben, also oberhalb von 1,53 könnte es dann interessant werden, wenn wir nach oben rausziehen. Halte ich aber aktuell für das geringe Szenario. So dann noch einen erfolgreichen Handelstag. Wenn Sie mögen, hören wir uns später wieder. Ihr Christian Kemmerer und Tschüss. Und dann noch einen Blick auf die Szenario. So dann noch einen Blick auf die Szenario. So dann